... mit der 4 Lars Newton, mit der 6 Marc Stephan, mit der 7 Christopher Schulze, mit der 10 Patrick Lenz, mit der 16 Uwe Mokra und mit der 8 Tobi Dannecke, Trainer des Gastgebers in Vertretung. ... ... ... ... ... ... Immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch.